Hallo und herzlich Willkommen ihr Modern Consumer und Planet Coaster Fans da draußen zu einem neuen Video von mir, meiner Let's Play Reihe. Die Alpha 2 ist jetzt draußen und ich hatte auch schon ein Video letzte Woche für euch gezeigt, wo ich die Neuerungen so alle mal aufgezeigt habe. Ihr habt mir auch noch ein paar Tipps und Hinweise gegeben. Hier zeige ich euch nochmal die Achterbahn, die es jetzt alle neu gibt und da werden wir die ein oder andere in Zukunft hier in den Park mit reinbauen. Das wird auf jeden Fall sehr geil, aber in diesem Part kümmern wir uns da drum, was die Alpha alles kaputt gemacht hat. Die Spielstände sind alle noch vorhanden. Ich hatte hier so mal geguckt, ob man das Ding hier von der Farbe erinnern kann, das geht leider nicht übrigens. Aber meine Spielstände sind alle normal geblieben, aber ihr seht, diese Schilder hier zum Teil und auch andere Sachen sind jetzt einfach anders geworden. Danke übrigens auch nochmal für den Hinweis, wie man das Ding hier kippen kann. Zweimal X drücken, wusste ich so nicht, aber es gibt ja mittlerweile sogar in der Einstellung eine Tastaturhinweise und sowas. Und ihr seht hier, dass das Gebäude da offen ist an der Seite. Ich muss jetzt überall bei allen Achterbahnen die Stationen neu bauen, weil da jetzt ja diese Anstehschlangen sind. Das ist ein scheiß Wort. Diese Gitter sind jetzt überall dabei und deswegen muss man das anpassen. Ich habe hier schon so ein kleines bisschen vorbereitet bei dem Part und wir werden auch einiges überspringen, weil das dann doch zu langwierig wird. Ich mache hier jetzt mal alles weg. Da war auch die Station viel zu kurz für diese Hyperachterbahn. Hatten wir ja davor eine ziemlich lange Bahn, die war länger als die Station. Und jetzt auf einmal, wo die Schienen hier sind, für diese Bahn hier gut, wie ihr seht. Und jetzt können wir nur noch so eine 4er Hängebahn, Sitzhängebahn, keine Ahnung wie die heißt, bauen, was ich echt ärgerlich fand. Und ja, da musste ich hier nochmal die ganze Schiene anpassen. Aber ja, das ganze Gebäude ist jetzt eigentlich für ein Popo gewesen, weil da oben, guck mal die Station, wie breit die jetzt ist. Das war am Anfang gar nicht so vorgesehen. Aber was cool ist, dass man jetzt halt endlich die Farben der Achterbahnen ändern kann. Das ist ja eigentlich echt keine große Nummer, denke ich mal so von der Programmierung her gewesen. Aber es ist jetzt halt endlich drin im Spiel und deswegen passe ich jetzt hier mal die Bahnen so alle ein bisschen an. Und bei der Bahn müssen wir halt den Ein- und Ausgang noch neu machen. Also wirklich in diesem Part kümmere ich mich nur darum, dass wir wirklich alles hinmachen, dass es funktioniert. So grob die Reparaturen machen. Diese eine Lampe, die da geflogen ist, die konnte ich nicht wegmachen. Keine Ahnung, die konnte ich nicht anklicken. Ich weiß nicht warum. Ja, die Eingänge neu machen. Und was man jetzt auch machen kann, ist, dass man, wenn man einen Weg hat, hier einfach sagen kann, komm, ich nehme jetzt den Weg und klicke da auf den drauf und dann ersetzt er das. Also das war schon mal ganz gut. Und jetzt, ich weiß, es geht hier heute alles ein bisschen schnell zur Sache. Das ist jetzt quasi nur die Testfahrt. Ich will gucken, ob die Bahn ankommt. Wir sehen das jetzt ja auch in dreifacher Geschwindigkeit. Aber die Bahn macht auch ihren Dienst und kommt hinten an im Ziel, ist allerdings um einiges schneller als die andere Bahn, die ich drin hatte. Deswegen mache ich da demnächst in zukünftigen Parts, also ich habe schon die nächsten zwei Parts hier nach aufgenommen. Deswegen kommen da ein paar Waggons ab, damit die ein bisschen Geschwindigkeit abnimmt. Und hier habe ich auch noch nicht gecheckt, dass der Weg da oben eigentlich noch gar nicht fertig ist. Deswegen mache ich den hier noch rein. Und ja, wir bereiten alles vor, dass der Park richtig geil wird. Und im nächsten Part wird es dann übrigens den Fernsehturm mit dem hier Freefall Tower oben drauf geben. Und jetzt hier der Ausgang noch ein bisschen umbauen, das muss auch noch passieren. Das ist auf jeden Fall so eine Planung. Und in dem Part danach werden wir eine Formel 1 Achterbahn bauen. Eine, wie sie es in echt ungefähr auch gibt, habe ich sie versucht zu bauen. Aber ihr werdet es dann sehen. Hier seht ihr auch das ein oder andere, ich meine, ich hoffe, ihr habt den letzten Part gesehen, das ein oder andere neue Baustück, was man machen kann. Das war auch nochmal der Hinweis, alles was so einen weißen Punkt dort hat in dem Menü. Das ist alles neu mit der Alpha 2 gekommen. Und ja, jetzt frieme ich hier den Weg lang und dachte, komm ich wieder da rein. Aber der ist ja jetzt irgendwie weiter rechts und der ist so breit und schmaler kriege ich ihn nicht. Deswegen jetzt hier einfach den Ausgang nochmal neu machen von unserer Burg Achterbahn, die da drin startet. Leider, wie gesagt, konnte ich jetzt an diese Schienen keine anderen Waggons machen. Die Kanonen da oben seht ihr, die sind auch alle, also sehr viele Sachen, auch die ganzen Lampen da dran, die sind alle irgendwie jetzt anders hingestellt. Also ist schon lustig, dass das mit der Alpha 2 jetzt sich so geändert hat. Warum das so ist, keine Ahnung, aber muss man halt korrigieren und im Zweifel nochmal einen neuen Park anfangen, aber das will ich nicht machen. Ich bin froh, dass das hier noch alles geht und wir damit nochmal weitermachen können. Äh, dieser Part hier ist ja, wie ihr seht, auch im Schnelldurchlauf, weil wirklich, ich habe jetzt auch so viel rumprobiert. Ich habe einige Stunden gespielt, die ihr jetzt nicht gesehen habt, wo ich auch einfach Sachen ausprobiert habe. Und weil es einfach mich so, das zack, bumm, sind zwei Stunden vorbei, das geht so schnell. Einfach unglaublich. Kanone, ich krieg's hier nicht angewählt. Ähm, echt unglaublich. Ähm, aber ich meine, ich habe einfach richtig Laune jetzt vor allen Dingen die neuen Sachen auszuspielen. probieren, dass wir da einige Sachen aufbauen und hier auch ein paar Sachen wieder in den Park reinbauen. Da kommen jetzt zwei neue Achterbahnen, kommen auf jeden Fall noch dazu, die jetzt in nächster Zeit geplant sind. Also ja, wie gesagt, diese Formel 1 Bahn. Danach kommt eine andere Achterbahn, die ich da noch reinfriemeln will, auch unterirdisch. Und das Stadion ist ja auch hier, seht ihr, ey, das ist alles verfriemelt. Jetzt ist die Bahn auch irgendwie weiß. Und ich habe da die Station, ähm, noch nicht neu gemacht. Die muss jetzt auch gleich noch neu gemacht werden, weil die Leute können da nicht mitfahren. Werden wir gleich sehen, was da los ist. Hier, jetzt das erstmal da dran machen. Das müsste ich eigentlich auf allen Seiten machen. Wo ich dieses, oh, Entschuldigung, Schild hingemacht habe. Ähm, die Kamera zum Teil ist sie gut, die neue. Aber zum Teil auch nervig, wie ihr hier das ein oder andere mal sehen werdet. Aber das kriegen wir auch alles in. Das läuft alles. Ich habe jetzt hier probiert. Also, ihr seht, der Eingang und Ausgang ist jetzt auf einer Seite hier. Jetzt ist es auch noch die Bahn. Aber es funktioniert nicht. Die würde nicht fahren. Irgendwie hat das alles nicht geklappt. Und deswegen musste ich die Station abreißen, die alte. Und jetzt die neue Station bauen. Aber ich kann hier halt, und das probiere ich jetzt glaube ich gerade. Ich kann jetzt halt nicht sagen, ich möchte diese Station haben. Ich muss jetzt alles weg machen. Das Auto löschen geht leider nicht. Ich muss jetzt alles weg machen, um die Station zu bauen. Und ich kann jetzt halt auf diese Schiene nicht einfach irgendeine andere. Guck mal, da sieht man das. Das ist eigentlich eine ganz andere Schiene. Die kann ich da gar nicht rein machen. Jetzt mache ich hier schon mal Platz für die Station. Hoffe, dass das alles passt. Speichern mal zwischendurch. Das ist ganz wichtig, weil die Alpha 2 mittlerweile öfters abstürzt, als mir recht ist. Und jetzt seht ihr schon, das Problem ist, dass die Tribüne jetzt zu schmal ist. Wusste ich ja vorher alles nicht, dass das jetzt auf einmal so wird. Aber da muss man jetzt halt mit arbeiten. Und ich kriege das Ding hier eh nicht rein. Beziehungsweise ich sehe... Oh. Ja ne, das geht ja gar nicht damit zu verbinden. Ich hätte gerne jetzt die Bahn da halt rein gemacht. Auch wenn es jetzt hier so rausragt, ist ja egal. Da bauen wir nachher noch was dran. Und die Erde können wir ja auch noch anheben und senken, wenn man will. Aber ja, jetzt baue ich dann doch hier die Standardstation. Und da seht ihr unten, da kann man auch sagen, ich möchte, dass die auf der einen Seite rein, auf der anderen rausgehen. Oder ja, auf der einen Seite rein und dann kann man die Station so drehen oder hin und her. Aber ich mache es jetzt so, ich muss den Eingang auf die Seite machen, weil das einfach das breitere Stück ist. Und gucken, dass ich die Leute, die rausgehen, irgendwie über die Tribüne jagen kann. Ja und jetzt ist der ganze Weg hier wieder blöd, weil das ist keine Warteschlange. Und deswegen baue ich jetzt hier einmal so ein bisschen schön lang vorm Stadion. Ich finde es echt schade, dass man nicht sagen kann, mit dem Bau soll der automatisch jetzt den Weg da löschen. Oder den Baum da löschen, obwohl durch Bäume geht es ja durch. Aber das finde ich ein bisschen doof. Ich denke, es gibt auch später noch unterschiedliche hier Eingänge. Ansonsten baut man sich da halt, wie gesagt, so ein Gebäude drumherum, dass man dieses Gestängel da nicht mehr sieht. Ja, das ist jetzt erstmal so drangefriemelt. Also reingehen können sie schon mal, jetzt müssen sie nur noch rauskommen. Und das klappt ja hier auch so nicht. Und was ich jetzt auch erst nicht checke, ist, dass das ja hier ein normaler Weg ist. Weil das war ja mal der Warteschlangenbereich. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht daran verbinden. So, zack, 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 zack. Ihr seht schon, wie ich andauernd am probieren bin, dass das hier irgendwie läuft. Auch das klappt nicht so ganz. Hier nochmal hin und her. Ja, wo macht man es hin, damit man möglichst wenig am Ende hier Verlust hat. Boah, ich bin die ganze Zeit am gähnen. Ich weiß nicht warum. Es ist mittags, wenn ich das hier aufnehme. Ich bin schon eine Weile wach. So, jetzt erstmal den Weg hier weg. Jetzt habe ich es gecheckt, dass das nicht geht. Und jetzt kommt ja der normale Weg dahin. Und jetzt geht irgendwie hier auch nicht. Irgendwie ist die Länge so krass anders. Also das ganze Ding hier ist jetzt eigentlich blöd. Und deswegen gehe ich jetzt den Notweg und werde hier einen neuen Eingang bauen, wo die dann durchmarschieren können. Ja, so jetzt sagt das passt schon. Dann kann man das ja gleich noch da ein Loch rein machen. Dann geht das schon. Hier das verbinden miteinander. Und dann kriegen wir das auch hin, dass die Leute da reingehen können und auch da oben diesen Weg über die Tribüne langgehen. Natürlich auch wichtig. Ja, hier. So. Einmal durch. Sieht man ja von vorne gar nicht so richtig. Also das passt schon. Was mache ich denn hier jetzt? Das war völliger Schwachsinn. Ich hätte das ja einfach lassen können. So schlimm ist das nun auch nicht. Aber naja. Ich bin mal wie ich bin. Und tu das nochmal so hin. Wo sind wir jetzt da? Okay. Ähm. Dann machen wir nur die Löcher stopfen. Und die Bahn muss gleich auch nochmal von der Farbe geändert werden. Und dann können die Leute hoffentlich ins Stadion. Wir müssen halt auch gucken, dass wir dann später was ans Stadion bauen, ins Stadion oder wie auch immer. Dass da mehr Leute hinkommen. Es gibt ja neue Attraktionen. Das Riesenrad passt ja nicht da rein. Hm. Aber ich habe gerade wieder eine irrsinnige Idee. Und zwar, ihr wisst ja, diese Bahn fährt ja am Stadion da rein. Durch so einen Tunnel. Man könnte ja gucken, dass man das Riesenrad so baut, dass die Achterbahn da durchfährt vielleicht. Wenn das geht, dieses neue riesengroße Riesenrad. Das wäre doch mal eine Überlegung. Kann man sich mal angucken dann. Fällt mir gerade nur so ein. Ihr könnt auch weiterhin gerne Vorschläge in die Kommentare reinschreiben, was man noch so machen kann. Jetzt vor allen Dingen mit der neuen Alpha. Dann hatte irgendjemand geschrieben, ich soll eine Geisterbahn bauen. Wäre jetzt natürlich auch wieder möglich jetzt, wenn man diesen auch machen kann. Aber, ähm, allgemein... Oh, da setze ich 10 Stunden rein in eine Geisterbahn. Ich muss euch das in ein 20 Minuten Video rein verfriemeln. Das wird sehr schwer. Mutet mir das bitte nicht zu. Leute, also ich will echt erstmal so Achterbahnen bauen. Achterbahn, Achterbahn, Achterbahn. Und jetzt hier noch die, ähm, Löcher stopfen. Damit wir das Stadion jetzt ja auch erstmal wieder abgeschlossen haben. Im Prinzip müsste da drin nochmal alles abgedichtet werden. Ich glaube auch die Decke ist jetzt relativ niedrig. Aber da müssen die Leute halt den Kopf einziehen. Es hilft alles nix. Hier mal zu. Ja, ich glaube es ist wirklich verdammt niedrig da drin. Aber, aber das ist schon okay. Obwohl hier geht, hier vorne geht's. Also hier geht's. Da hinten ist doch irgendwie offen, ja. Aber das ist doch, das mache ich tatsächlich zu. Leider sind die Wände jetzt alle ein bisschen kahl. Und ich konnte das hier vorne nicht so lassen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, ich mache da jetzt das Ding zu auch. Äh, hier ist halt diese blöde Erhebung. Und deswegen zieme ich das jetzt so da dran. Machen wir einfach vorne so einen Eingangsbereich dahinten. Ah, es ist wieder zu niedrig. Ja, es ist nicht einfach, ne. Man denkt immer so, ja, machen wir mal eben. Alle Leute gehen schon rein, immerhin. Mit so einem Dach dran. Nee, ist auch doof. Dann ist das da alles weg. Alles umsonst gemacht. Also machen wir ein Flachdach drauf. Und fertig ist der Lack. Reicht doch. Es reicht doch. Es passt irgendwie doch zusammen alles. Die Bahn fährt da schmuckelig rein. Jetzt in grün. Ja, da gehen die durch die Wände. Aber das ist mir jetzt wurscht. Das ist nicht so schlimm. Das sehen wir die ganze Zeit eigentlich nicht. Gott sei Dank können sie durch die Wände gehen. Immer abspeichern zwischendurch. Und jetzt verändere ich hier nochmal da die Farbe. Weil da war ich dann doch auch nicht zufrieden mit. Wie ich immer so bin. Die wird sich auch in nächster Zeit bestimmt noch fünfmal ändern. Das ist jetzt hier die Anfänger Achterbahn. So in Punta Rosa. Ne? Ja. Ja. Wir haben jetzt heute nicht. Einfach mal schnell gebaut. Hier eine Schlange. Ein bisschen kurz eigentlich. Ja. Siehst du. Wir sehen hier nochmal den Weg. Ja. 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 Wie krass lang die Wege sind. Ja. Die Schlange noch machen. Damit wir dann auch gleich. Ey krass wie lang die Schlangen jetzt hier alle sind. Ne? Und ihr seht auch unten links sind jetzt Werte. Man sieht jetzt Geld auch. Die Leute haben Geld dabei. Und man sieht beim Bau auch was es kosten könnte. Jedenfalls bei der Achterbahn. Hier jetzt glaube ich nicht. Ähm. Jedenfalls habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich kann es nicht so ganz genau erkennen jetzt. Und man kann hier wie ihr seht dann den Untergrund dort in der Bahn ändern. Also einiges ist neu. Und im nächsten Part dann hier an der Stelle kommt der Fernsehturm hin. Das bereite ich schon mal ganz grob vor. Ich hoffe ihr seid dann dabei beim nächsten Mal. Lasst bitte ein Like da wenn ihr bis hierhin geschaut habt und es euch gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Basti oder auch Modern Consumer.